Ja, der Bahnhof! Zunächst, aus sehr dringendem Anlass, sollten Sie sich noch innerhalb von City 17 aufhalten. Mist, Sie haben uns entdeckt. Suchen Sie in deine Zwiebeln. Yo. Oh, Sachen. Sachen. Wo bist du jetzt hierher gekommen? Entschuldige die Verspäte. Die Comband sind hinter uns her. Was machen wir? Ich schicke sie in Gruppen raus. Wie ich dir schon gesagt habe, wenn du gut auf sie aufpasst, haben wir vielleicht sogar eine Chance, die Fluchtzüge zu erreichen. Klingt gut. Schick die ersten raus. Los geht's! Gordon Freeman. Tach! Wurde ja auch Zeit. Natürlich. Wäre ganz schneller da gewesen, aber so leicht ist es halt nicht, ne? Im Leben. Und jetzt? Mir schwand übles. Mir schwand übles. Wurde ja auch Zeit, wenn ich nicht mit der Fluchtzüge zu erreichen. Oh, da ist ne Knarre! Da, Mannschitter! Dr. Freeman! Ja. Hätten wir machen sollen, ja? Geh und hol noch eine Gruppe. Ich bewache so lange das Tor. Mann! Oh Nööööööööööö. Nervig! Platz! Weg! Pfui! Aus! Is das nie los?! So, weg die Dinger. Weg. Weg. Okay, Freunde. Okay. Oh, endlich gibt's mal ein bisschen Action. Los, Jungs. Kommt, 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 kommt. Eilemann hierhin. Da muss ich die Kaffee hier hier öffnen, oder? Ah, nervig. Okay, dann nehm ich halt MP, wenn ich für die andere keine Muni bekomme. Hey, ich dachte, es soll ein bisschen mehr, oder? Versteh ich jetzt nicht. Da oben. Demi, Demi. Demi, Demi. Da kommen ja immer mehr, ey. Hä? Wo? Wo sind die jetzt vor unten? Gibt's ein paar auf der Schnauze. So, jetzt schnell. Kommt mit. Hier rein. Na, wunderbar. So, dann schnell hier rum, da rum. Kommt. Meine Freunde, kommt. Ja, einfach da unten durch. Zieh den Kopf ein. Wir geben euch Deckung. Oh, nur Revolver haben wir jetzt. Nein. Wo hängt er? Nein. Ja, ich kann die nicht mal anvisieren. Außerdem kann man mit einem Sniper nicht so schnell schießen. Ne, egal. So, die sind da. Hey Freeman, geh wieder raus und hilf! Gut, von mir aus geh ich eben raus und hilf. Na, 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 na. So, du machst sie platt. Ich hätte auch einfach eine Rakete reinschießen können, ich Idiot. Ich bin da sicher, dass man da nicht hochkommt. Egal. Fantastische Arbeit, Doc. Ja, ja. Fantastisch. Und dann kommt mit. Und ja mal nur MPs. Muss ich eben die SMG benutzen. Die Suppen-Machine-Gun. Oh, die hab ich ja ganz vergessen. Entschuldigung. Tschüss. Da oben. Sieh weg. Schönes Ding. So, dann kann ich die auch mitnehmen. Toll. Wird er wenigstens sein scheiß Gewehr fallen lassen? Nö. Stierb. Du elender Hund. Komm, geh her, das Ding. Beallt euch, Leute. Kommt, kommt, meine Freunde. So, alle wohlbehalten da. So, Munition. Für mein geliebtes Sturmgewehr. Bring die nächste Gruppe her, Oden. Ja, ja. Tja, jetzt kommen sie schon mit Schrotflinten an, ey. Sicherheitskräfte mit Reserve aktivieren. Und schon wieder ist die ganze Munition verbraucht. Ei, ei, ei. Sollen wir jetzt mal ein paar Leute schicken, die hier Ding haben. Hier, Sturmgewehr. Solange, schätze ich mal, muss ich wohl die MP benutzen. Ich mach mal gerade wieder das Spiel ein bisschen leiser. So wollen wir das jetzt machen. Oh, die ging daneben. Scheiß Dreck. Immerhin. Speicher das Ding ab und zu, mach. Mann, 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 Mann. Die Jungs da draußen, die waren ja immer krasser, ne? Bring die nächste Gruppe her, Oden. Naja, ist okay. Wenn ihr schon unbedingt Schrotflinte spielen wollt, ne? Dann machen wir das doch. Gut, die da hinten hat die Alex unter Kontrolle. Na ja, ist das nicht so cool. Okay. Widerstand, aber nicht viel. Hm-hm-hm. Kommen die jetzt von hinten oder was? Wie ist der Panzer jetzt? Ah da kommt er ja. Bums. Meh. Nix der Reserve aktivieren. Ein paar auf die Nuss gibt's. Habt der Reserve aktiviert. So. Gut. Tu mir einen Gefallen und bleib bitte da stehen. Dankeschön. Geh hinten. Aua. Ich schätze mal die Überraschung erwartet uns hier. Sonst noch jemand? Gut. Schön dass das Thema geregelt ist. Dann kommt mal mit Jungs. Ja ja ich glaube auch Blutverlust. Ist doch gar nichts passiert. 65% alles gut. Na da hat's ja ordentlich mit auch das Liedermöpfchen gegeben. So. Sieht doch die Welt schon wieder ganz anders aus. Beallt euch Leute. Tum titum titum. Tum titum titum titum. Tum titum titum titum. Hallo. Ich bin wieder daheim. Na wie geht's? Schon fertig oder was? Oder gibt's noch was zu tun? Null Chance. Schon gar nicht mit einer dummen Schrote ey. Mit einer Spaß 12. Ui.